Musik 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 Schildernetbasics Aaaaah, ja, du bist wieder da. Moment, mach kurz, ich hoch mal schnell ein Bier. Hallo, ich hau mal was her, du Gesichtsgrätsche. So, was kann ich für die Däu? Bist du mutig? Was, ich? Jetzt pass' aber auf. Ich bin vieles nicht geduldig. Hehehe, hehehe... Aja! Holik, ja, ein Scheißdreckteil, man guckt mit dir. Ich brauche locker zwei Lines für mich allein. Oder schüchtern. Susi, du hast wirklich enorme Tippen. Aber wenn ich irgendetwas bin, dann mutig. Und das kann ich dir ganz einfach beweisen mit Hilfe einer Mutprobe. Die erste Mutprobe ist ein Finger zu opfern. Dazu nimmt man ein besonders scharfes Messer und man trennt einen beliebigen Finger ab. Ich nenne jetzt mal einen Zeigefinger in dem Fall. Ja, kurze Finger. So. Alois, kann man den Ei frieren? Ach, Sepp, nicht schon wieder. Keine Angst, den Finger bauen sie im Krankenhaus. Ratz, fahrts wieder hin. Aber zuerst drehe ich noch meinen Mast aus. Ja, kreislich, da ist ja ein Haar drin. So. Das war natürlich noch nicht alles, was als Mutprobe geht oder so. Denn um richtig mutig zu sein, dass du nicht nur keine Angst vor Schmerzen haben, sondern du musst auch keine Angst vor Zurückweisung haben. Ey, Susi, magst du nicht so eine richtig gute Nacht mit mir? Nein, Mann, geh sterben, du Penner. Diese Abweisung stecke ich ja locker weg. Äh, bock ich locker. Ich mag eh keine Frau. Vermutlich bin ich homosexuell. Ich glaube langsam, ich verliere zu viel Blut, weil mir ist total schwindelig. Oder es liegt am Bier. Ich weiß es nicht. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Mutprobe. Habe keine Angst davor, grauenvolle, kreislige Videos urzuschauen von irgendwelchen YouTubern. Und die Rede ist nicht von dem, äh, Sami Salami oder Bianca Dagmara oder Löwentv. Diese kreisligen Videos. Nein, es geht um einen YouTuber, der noch viel beschissener ist. Julian Bam. Keiner Scherz, ich weiß, bei solchen Witzen denkt ihr euch mittlerweile schon. So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Deswegen mach jetzt ganz normal weiter und die Rede ist natürlich von Zeo. Was geht ab, Elite? Was passiert mit einer Let's Player, der auf hoher See ist? Er wird seekrank. Und wie nennt man einen Let's Player in der Wüste? Saharazah. Wie kann man nur so behindert sein? Kruft sie fix, die Mo hat doch echt nur aus Mitleid abonniert, oder? Schlagt den Bus sauber. Na, Jungs, ganz ehrlich. Mutproben sind für den Arsch. Wer zum Dei, wie braucht denn sowas wie Mutproben? Nach meiner Meinung ist jeder mutig, der Tag für Tag kämpft, nicht aufgibt und einfach für sich und sein Leben durchhält. Oder seinen Finger abschneiden, weil das auch ganz schön krass ist. Ach ja, wegen meiner Geschichte. Während dem Umzug hab ich's halt eben getroffen und ich muss sagen, wir haben schon wieder saugut verstanden. Total geile Gespräche, alles wieder perfekt. Doch jetzt kommt's, im Laufe des Gesprächs wurde klar, dass die schon freien Tat und zwar meinen besten Freund. Jetzt ist's vorbei, hab ich gedacht, aber das war's nicht. Aber erzähl dir das andermal. Gucken wir einfach die Doppel vorbei und dann reden wir weiter. Gah! Ich wollte sie fix jetzt sein. Danke, dass ich sie bewirten durfte. Wollt ihr eure letzten Besuche Revue passieren lassen, könnt ihr hier drüben klicken und letzten Folgen anschauen. Bewertet diese Wirtschaft als positiv und schreibt Feedback in die Kommentare, damit wir auch ein gutes Feedback haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin noch eine schöne Zeit. Ah, Luis! Wir schauen uns ganz schön ähnlich. Halt dein Maul!